Hasta Janu Ustrasana ist eine fortgeschrittene Variation des Kamels. Raffaella zeigt, wie es geht. Von der Kniehaltung ausgehend wölbe Bauch und Brustkorb nach vorne und oben und fasse mit den Händen um die Knie bzw. Kniekehlen. Genieße die Dehnung nach oben, nach vorne und nach hinten. Untertitelung des ZDF, 2020